Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie müssen die Arschbacken zusammencremen. Sie müssen die Zeichen der Zeit erkennen. Für die, die Arbeit haben, heißt es, jawohl Chef, ich bleibe abends mal länger, warum nicht? Wochenende kenne ich nicht, Familie habe ich nicht. Urlaub brauche ich nicht, ich mache es auch ohne Lohn. Da müssen Sie dabei sein. Die Zeichen der Zeit erkennen, machen Sie unentbehrlich in der Firma als Kleiderständer. Warum nicht? Kann man doch mal machen, als Ventilator, als Aschenbecher, als Spucknaf. Da müssen Sie einiges schlucken, aber es lohnt sich. Schauen Sie mich an. Man kommt ohne mich nicht mehr aus. Aber das können Sie alles nicht verstehen, Sie, die Sie befreit sind von der Last des Arbeitens. Vom Druck, ewig der Erste und Beste sein zu müssen. Manchmal beneide ich Sie. Darf ich Ihnen was sagen? Ganz unter uns. Wir brauchen Sie gar nicht mehr. Jetzt gucken Sie nicht so betröppelt, Sie wussten es doch vorher. Sie sind nicht nur Arbeitslose, Sie sind auch überflüssig. Wir machen ein Angebot, 361 Euro im Monat, Hartz IV. Und dafür halten Sie die Klappe. Schweigegeld. Und wenn Sie die Klappe aufmachen, dann mittags im Fernsehen, wo Sie mit Ihresgleichen vor der Kamera rumproleten können. Mitten im Leben. Wir werden Ihnen alles nehmen, nur den Fernseher nicht. Versprochen. Egal wie groß er ist. Wir werden dafür sorgen, dass dort nichts Relevantes läuft, was Ihren Alltag in irgendeiner Weise stören wird. Wir werden dafür sorgen, dass im Discounter der Alkohol so billig bleibt, dass Sie wenigstens einmal die Woche die Hucke zusaufen können. Alle vier Jahre veranstaltet war Wahlen. Damit es so aussieht, als würden wir uns für Ihre Meinung interessieren. Und damit es so aussieht, als würde es überhaupt etwas ändern. Alle zwei Jahre ein sportliches Highlight, damit das Kollektive dahinsiechen vom kollektiven Freudentaumel übertüncht wird. Da können Sie jetzt im Sommer wieder die Schwänchen schwenken, wenn Jogis Jungs spielen. Und wenn Sie das alles als Gott gegeben gefressen haben, Ihre Arbeitslosigkeit, Ihre Sinnlosigkeit und 2,1 Billionen Euro Staatsschulden, dann kürzen wir Ihnen die Bezüge, damit Sie sehen, wie schön Sie es vorher hatten. Und falls da noch einer die Klappe aufmacht, dann haben wir in der Hinterhand immer noch den internationalen Terrorismus. Dann kommen wir mit Turban und langen Bart. Und ich sage, in einst machen wir Ihnen so lange Angst, dass Sie ihn durch Mark und Bein fährt. Und spätestens dann, spätestens dann fressen Sie uns aus der Hand. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Zukunft. Toi, toi, toi.